Zunächst müssen wir bei diesem Punkt festhalten, dass der sogenannte Reform-Islam an sich kein großes Thema in den Reihen der Muslime darstellt. Vielmehr sind die reformistischen Ideen und ihre Vertreter wie Fremdkörper, die keinen Einfluss in der muslimischen Community besitzen. So ist der Reform-Islam in Deutschland bisher fast ausschließlich an den Universitäten, an denen entsprechende Studiengänge eingeführt wurden, ein Thema. Dennoch müssen wir Muslime die Gefahr der reformistischen Ideen ernst nehmen, weil eben die Reformer im staatlichen Auftrag bzw. Interesse handeln und auch dementsprechend gefördert werden. So spielen die Institute der Reform-Theologen bei der Assimilationseigenden des Staates eine wichtige Rolle. Denn die Reform-Theologen haben den Auftrag, ihre Studierenden durch die reformistischen Ideen zu beeinflussen, sodass diese dann nach Beendigung ihres Studiums in die Moscheen und besonders durch den Islamunterricht in die Schulen gelangen, um dort muslimische Kinder und Jugendliche mit ihren Ideen zu beeinflussen. Hierbei tritt der Reform-Islam in verschiedenen Gewändern auf. So ist mal von einem Islam deutscher Prägung, mal von einem Islam im Geiste des Grundgesetzes oder auch von einem liberalen Islam die Rede. Weitere Schlagworte für den Reform-Islam sind die angebliche Theologie der Barmherzigkeit oder auch die sogenannte kritisch-historische Leser des Korans. Ebenso spielen die Reform-Theologen wie zum Beispiel ein Professor Muhammed Khurshid oder auch ein Bülent Ujar bereits in den öffentlichen Debatten eine ganz gewisse Rolle. So werden ihre Stimmen nahezu in jeder Islamdebatte medial aufgegriffen, um wie könnte es anders sein, den Assimilationsmaßnahmen des Staates wie zum Beispiel Jekabverboten, Kopftuchverboten an Schulen, Fastenverbote für Schüler etc. eine vermeintliche islamische Legitimation zu verleihen. Die Reformer sollen hierbei der Öffentlichkeit das Bild vermitteln, dass selbst muslimische Experten mit den jeweiligen Vorhaben der politischen Entscheidungsträger einverstanden sind und aus theologischer Sicht den Zwangsbekenntnissen und Verbotsmaßnahmen nichts entgegenstünde. Liebte Muslime, vor diesem Hintergrund müssten wir in der islamischen Community das Bewusstsein stärken, dass weder wir oder gar der Dien Allahs reformierbar sind. Es gehört zu unserer islamischen Überzeugung, dass der Islam eine universelle Botschaft an die Menschheit darstellt und die islamischen Rechtssprüche eine Gültigkeit bis zum Tage der Auferstehung besitzen. Ebenso sind wir als Muslime davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam das beste Vorbild für die Menschheit entsandt hat und der Islam für alle Zeit fähig ist, die Angelegenheiten der Menschen auf die beste Art und Weise zu betreuen und ihre Probleme zu lösen. Dies, weil die Lösungen des Islam nicht von einem fehlerhaften und begrenzten Menschenverstand stammen, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala, dem Allwissnenschöpfer aller Dinge. Auch wenn die Umsetzung islamischer Rechtssprüche mit veränderten Mitteln, man denke hierbei an den technologischen Fortschritt erlaubt ist, so verändert sich im Islam niemals eine von Allah subhanahu wa ta'ala durch die Offenbarung festgelegte Methode und der Kern der Angelegenheit. Die Behauptung der Reformer, dass die Gültigkeit islamischer Rechtssprüche in einer Abhängigkeit von Ort und Zeitstünden muss als falsch und irreführend zurückgewiesen werden. Die Ansicht der Reformer, dass ein Urteil Allahs historisch bedingt und deshalb aufgrund des zeitlichen Wandels uminterpretierbar sei, muss von uns allen als eine gefährliche Idee erkannt und als ein falsches Islamverständnis ganz klar abgelehnt werden. Wir sagen an dieser Stelle deutlich, weder existiert eine Diskrepanz zwischen dem Islam und dem technologischen Fortschritt, noch muss der Islam durch weltanschauliche Veränderungen reformiert werden, um den Herausforderungen des gegenwärtigen Zeitalters gerecht zu werden. Vielmehr sind es die fremden Einflüsse und die reformistischen Ideen, welche die muslimische Oma lähmen und ihren Aufstieg verhindern. Aus diesem Grund müssen wir als islamische Community das Vertrauen in die islamische Überzeugung und ihre Lösungen in unseren Reihen festigen und diesbezügliche Unklarheiten sofern vorhanden und den Herzen der Gläubigen beseitigen. Dazu gehört auch, die reformistischen Ideen argumentativ zu widerlegen und ihre Träger als das zu benennen, was sie sind, nämlich staatsnahe Akteure und Unterstützer einer totalitären und repressiven Assimilationspolitik. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Richtige vom Falschen unterscheiden lassen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit von der Lüge trennen lassen und uns alle auf dem geraden Weg festigen. Untertitelung des ZDF, 2020